ja leider willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal heute spielt Minecraft MLG Rush und ja ähm dieses Video ist ist ein wichtiges Thema weil weil ähm in diesem Video erklären will warum mittlerweile so wenig Videos kommen und warum ich generell so wenig mach auf YouTube ähm kommen wir einfach mal dazu war wie ich eigentlich auf die Idee kam mit YouTube anzufangen also ich kam auf die Idee mit YouTube anzufangen weil ich der also ich weil ich der YouTube Community einfach schenkt was schenken wollte ich wollte ich wollte einfach dass sie jemanden hat wo sie gucken kann und ich wollte schon immer mal geliebt werden also ich wollte schon immer mal auf YouTube sowas erreichen dass dass ich dass mich YouTube äh YouTube und ich äh dass mich einfach die meinen Kanal halt abonniert haben einfach sehen und also mein Kanal meine Videos angucken und mich gerne sehen und so so wäre ich jetzt zum Beispiel der Bett also wie ich jetzt mein Name der Bettgertd das wie Betzge ich gucke jetzt gerne Betzge und dann wäre es ja so in dem Fall bei euch für mich äh ich mag den der Bettgert und wenn sich dann jemand nennt das Bettgert dann weiß ich ja der vielleicht kommt der Name ja von mir oder so wisst ihr was ich meine? und ja und ich wollte einfach mal fragen so was würdet ihr von halten? also Kanal restart oder ganz komplett YouTube restart dazu dass ich erstmal keine Videos mehr bringen meine Videos auf Privatstellen und so und nochmal ganz so neu anfangen oder was würdet ihr halten? ähm also nicht Minecraft zu quitten halt ich meine oder meinen ganzen Kanal neu zu machen also den hier zu schließen und einfach ganz neu anfangen was würdet ihr davon halten? bitte die Abstimmungen im in den Kommentaren ja dann würde mich freuen so ich ich würde gerne so Mike Christ auch auf der PS4 Stream also schaut auf jeden Fall vorbei ähm ja ich stream meistens so wenn mein Freund da ist ich will so Minecraft auf der PS4 ja und wie wann wie wird ihr es finden wenn ich nicht nur Minecraft brings bring ja genau bring oder also auch was anderes nicht nur Mike auch mal CSGO Gary Smart oder sowas wie würdet ihr das finden? schreibt es auf jeden Fall mal in den Kommentare also ich hab's jetzt so geplant dass ich mit YouTube jetzt erstmal quitte dass ich jetzt keine Videos mehr bringe aber ich bin auf QDU noch zu finden und so also auf jeden Fall könnt ihr da mal könnt auf jeden Fall mal ein Abo da lassen mich würde es freuen wenn ihr dieses Video 5 oder 10 Likes gibt wir machen es so von 0 bis 10 Likes gibt es jeden Samstag ein Video oder jeden jede Woche bitte so 2 Videos machen wir es so wenn es nur 0 bis 5 sind gibt es ein Video der Woche wenn es natürlich 0 bis 20 gibt es natürlich 3 Videos oder 5 Videos sogar am Tag aber ich glaube so viel wir nicht schaffen auch wenn wir 65 Abonnenten haben aber keiner will liken ok ähm ich würde es freuen wenn ihr mich unterstützen bittet und nicht haten weil ich hab's nicht so mit ähm naja sagen wir es so ich hab's nicht so gut mit Qualität und so also würde es mich auf jeden Fall freuen wenn ihr da nicht so so ähm Ding seid nicht so nicht so ähm einwillig also nicht jetzt nichts groß erwartet ich würde sagen das war's mit dem Video ich hab ja alles erklärt bis jetzt bitte lasst ein Abo da und ein Like und schreibt bitte Tipps in die Kommentare dann das war's mit dem Video haut rein und ciao